In Saudi-Arabien von einem großen Gelehrten gibt es eine Fatwa mittlerweile. Fatwa heißt Urteil. Jemand, der nicht betet, man muss ihn ermahnen und nur drei Tage Zeit geben. Wenn er immer noch nicht betet, der muss getötet werden. Das ist ein Fatwa. Und wir haben das schriftlich, schwarz auf weiß. Jetzt, derjenige, der nicht betet, der schadet sich selber.